Hey Leute, ich bin's wieder, Erwin, und heute zeig ich euch, wie man eine Brücke baut. Also zuerst braucht ihr ein Eichenzauntor, dann Eichenstamm, Bruchsteinmauer und Fichtenholzstufe. Also, ihr legt da mal die Fichtenholzstufen hier hin. Warte, brauche ich noch. Hier hin. Und dann baut ihr hier. Das hier. Das gehen wir weg, das gehört so. Dann baut ihr von der Fichtenholzstufe das Ganze in Klau. Bis zum Ende, am anderen Ende. Dann gehen wir hier hin. Und wollen Bruchsteinmauer hier hin. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch dann halt Lampen oder sowas hinbauen. Aber das zeige ich euch dann noch, wie ihr immer das machen könnt. Ihr braucht halt noch, habe ich vergessen, eine Steintreppe. Und ja, so sieht dann halt die Brücke aus. Ich finde sie schön. Und jetzt platzieren wir halt noch in dunklen. Oder platzieren wir halt jetzt die Lampen an. Wir können Fackeln auch nehmen, das ist ganz wurscht. Also mir gefällt es eher mit solchen, mit solchen Laternen. Und jetzt schauen wir uns das mal, wie es in dunklen ausschaut. Also ich finde das schaut ganz schön nett aus. Was sagt ihr, schreibt es in die Kommentare, wie es ihr findet. Ich finde es ganz okay. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao.